Die Professorin und Landschaftsarchitektin Waltraud-Pustal hat jetzt Kinder über den Wassererlebnisfahrt bei Fullingen geführt. Im Mittelpunkt der zweistündigen Führung standen verschiedene Fragen wie, welche Pflanzen und Tiere gibt es in der Echertz, wie viele Mühlen gab es an dem Fluss oder wie groß war das größte Mühlenrad. Außerdem hörten die Kinder spannende Mühlengeschichten. Die Echertz ist ein insgesamt 23 Kilometer langer Fluss.